guten morgen aus leipzig bei uns beim bundesverband initiative 50 plus aber auch bei uns im portal mensch escher geht es auch immer wieder um die frage wie kann man möglichst lange möglichst gesund bleiben körperlich fit aber auch was die gedanken angeht fit im kopf auch das ist ja ganz richtig was nutzt der beste der fitteste körper denn oben stillstand ist aber was nutzen die besten die flingsten gedanken wenn der körper nicht mehr mitspielt und da gibt es die verschiedensten tipps bei uns auf den seiten aber auch in den illustrierten jede woche ist da irgendwas neues erfahren mal geht es um müsse eine handvoll die uns da oben in die grauen zellen fit hält mal geht es um leidenöl der nächsten sagt wir machen den kopfstand der übernächste sagt hüpfen hüpfen ist ganz gesund dass da oben alles durchgewirbelt wird und ich habe einen tipp der sicherlich auch nicht neues aber der mir immer wieder geholfen hat da oben neue gute gedanken zu haben nämlich der umgang mit der jugend da kann man sagen ja im team alles durchmischt prima wir lassen uns nicht zurück drängen in die senioren ecke aber es gibt ja auch in der familie immer wieder die gelegenheit jung und alt zusammen zu bringen zumindest wenn die kinder einigermaßen in der nähe leben wir haben gemeinsam fünf kinder mittlerweile sechs enkelkinder aber ich bin mir sicher es werden auf jeden fall noch mehr die meisten leben 200 400 kilometer entfernt berlin hamburg aber es gibt auch kinder und enkel hier in leipzig und seitdem wir uns meine frau und ich uns vorgenommen haben mindestens einmal die woche einen oma und opa tag einzurichten tun wir nicht nur was für die familie weil die kinder einfach auch mal einen halben tag zeit für sich haben sondern wir tun auch viel für die enkelchen was heißt enkelchen sind ja mittlerweile auch schon sechs und zehn nicht nur für die beiden sondern wir tun auch was für uns deren gedanken einfach den gedanken austausch was hast du erlebt heute in der schule im kindergarten oder die musikmünsche die sie haben aber kannst du uns mal das lied raussuchen auf spotify und da staunt man was die kinder dafür und für den geschmack entwickeln wir hatten uns für den letzten donnerstag vorgenommen hier auf der weißen elster mit dem paddelboot eine schöne tour zu machen leider goss es in strömen da klappt es also nicht klappt es nicht mit dem paddelboot aber da habe ich einfach gefragt was habt ihr denn für einen wunsch und da geht es nicht um die großen wünsche da geht es nicht darum in irgendein freizeitpark zu fahren die ja im moment leider ohnehin noch zu haben oder im geschäft teure spiele zu kaufen die haben gesagt unser fusselchen der kleine gold hamster möchte aus dem käfig gerne auch mal raus in die stube aber wir wollen den nicht überheben können wir den nicht so eine kleine leiter so eine kleine brücke bauen dass der da einfach selber runter tappeln kann war nichts leichter als das gesagt getan ab in den baumarkt das passende brettchen gesucht die passenden leisten gesucht säge und pfeile sind ja zu hause und dann haben wir gemeinsam überlegt wie könnte es aussehen was brauchen wir wie groß sollen denn die abstände auf dem brettchen sein wo dann die quer die kleinen quer hölzchen geklebt werden damit ja ganz bequem dort rauf und runter tappeln kann wie schräg darf es sein damit er nicht kopfunter abstürzt sondern damit er schön gemach lang hin tappeln kann und da haben wir da gesägt haben gefeilt haben geklebt dabei schöne musik gehört und die kinder waren dermaßen happy weil opa das weiß er ja noch ein hörnchen und eine ein rosinenbrötchen geholt hat das gibt es nämlich immer noch ein paar erdbeeren dazu und hat mir einen so schönen gemeinsamen nachmittag anregend für den opa und schön für die enkelchen und die krönung war nachher natürlich als wir die leiter angelegt haben und fusselchen einen probelauf absolvieren konnte und er hat das sofort kapiert raus runter getappelt das war ein juchu eine freude auf beiden seiten ach auf drei seiten bei den enkeln beim opa und natürlich auch bei fussel dem kleinen hamster der plötzlich viel mehr freiheit gewonnen hat und vielleicht nutzen sie ja schon den nächsten dienstag den internationalen kindertag ich weiß er wurde vor allem im osten gefeiert den internationalen kindertag und mit ihren kindern mit ihren enkeln mal wieder was gemeinsam zu tun nicht nur für die grauen zellen und für die familienzusammenführung sondern weil es einfach spaß macht und weil es wichtig ist das jung und alt zusammenhalten in dem sinne herzliche grüße aus leipzig und